Ich könnte etwas Geld verdienen, wenn ich Fähigkeiten hätte. Okay, ähm... Äh, klickgeiler Trend-YouTuber. Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited. Und jetzt werde ich versuchen, diese Dinger da zu entfernen. So kann ich die eigentlich... Keine Ahnung. Ähm, pass mal auf. Dieser Fisch hier, auf dem reiten wir jetzt mal. Und zwar ganz nach da oben. Weil es haben viele in die Kommentare geschrieben. Ich bin euch so dankbar für die Kommentarfunktion, gell? Ich bin euch so dankbar. Und zwar habt ihr gesagt, der Fisch darf nicht kaputt gehen. Dann geht das mit dem schwarzen Loch. Schwarzes Loch. So. Jetzt wird es akzeptiert, habt ihr gesagt. So. Ups, warte mal. Ja! Ich habe es geschafft! Meine Güte! Nice! Okay. Danke an eure Kommentare. Es lag nur an diesem einen Fischmann. So. Jetzt benutzen wir erstmal das und gehen hier hin zum, äh, wie heißt das? Der Bauernhof. Zu Lilly. Na? Da müssen wir ja vorbeigucken. Denn wir haben einen Starride für sie. So. Ja, gib ihn ihr. Ja! Oh, wer ist das denn? Ein Pfadfinder. Okay. Ach, ich habe anscheinend... Was? Hä, was ist jetzt passiert? Oh, Mann. Oh, nein, Lilly. Sie wird immer mehr zu Stein. Oh, mein Gott. Wir haben hier was Neues freigeschalten. Nice. Aber wir machen das alles Stück für Stück hier, Leute. Wir gehen jetzt erstmal in die Unterlinie. Also, in die U-Bahn, ne? Logisch. So, was haben wir denn hier? Oh, da, äh, okay. Okay. Alles klar. So. Hallöchen! Ich bin am Start. So. Ich bin so hungrig und dieser Automat ist leer. Okay. Ein... Fleischiger... Oder fleischige, weil das irgendwie nicht funktioniert, wenn er hinten dran ist. Ein fleischiger Stein. Fleischiger... Leck... 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 Steine. Ein Fels. Hier. So, Achtung. Hier. Ja, er frisst den Stein. Nice. Ich feier das immer so extrem, was man das so für witzige Sachen machen kann. Ähm. Warte mal. Wo kann ich das sehen? Da oben war das? Der Automat kann nichts, aber wir können ja einfach mal Spaß machen und ein schwebender... So. Hä? Schwebt er jetzt nicht? Blöder Automat! Das soll schweben. Ach, schade. Egal. So. Was ist mit dir los? Ich könnte etwas Geld verdienen, wenn ich Fähigkeiten hätte. Okay. Ähm. Äh. Klickgeiler Trend-Youtuber. Schade. Gibt's nicht. Ähm. Okay. Ähm. Mach mal wieder weg hier. Ähm. Musikalisch. So. Ja. Was? Das war eine C? Ich dachte, das wäre ein Kerl. Warte mal. Entfernen. Ich nehme das Geld. Was? Das hat sich das Geld geklaut. Ja, egal. 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 Es war... Das war dein, äh... Verdienst, weil du so toll Trompete gespielt hast. So. Okay. Was ist mit dir los? Ich sollte besser diese Pfützen aufwischen. Warum? Wir könnten ja auch einfach eine Sonne dahin machen. So. Warum trocknen die Pfützen nicht aus? Hier. Ich gebe dir die Sonne. Äh. Na toll. Okay. Ein Lappen. Ne. Ja. Bringt der Schwamm dir was? Nein. Lappen. Lumpen. Hier. Ach. Okay. Hey. Super. Cool. Ist ja easy. Den Stern machen wir immer am Schluss hier. Was ist mit dir los? Ich habe keine Lust mehr zu stehen. Okay. Ein, äh, 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 äh. Wo kann sie denn sitzen? Ein fliegender Stuhl. Holzsessel. Ja. WTF. Kann sie jetzt fliegen? Warte mal. Wir machen daraus ein schwebender. Wer soll? Ja. Das ist so witzig. Ich liebe dieses Spiel. So nice. Okay. Was ist mit dir los? Angestellte. Kann ich hier irgendwas machen? Bei den Blumen. Da machen wir einfach, ähm, verdorrte. Oh, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Schade. Und, und was ist, wenn ich mache? Ähm, kaputt. Da gibt es keine kaputte Blumen. Oh, schade. Oh, schade. Was ist mit der da? Eine Topfpflanze. Okay. Was ist mit dir? Ich möchte etwas von diesem Stand kaufen. Aber ich bin pleite. Ähm. Gold Barren. Hier. Ja. Sie tauscht einfach den Gold Barren für eine Sonnenblume. Du bist richtig gut. Du bist so gut. Ich wäre an deiner Stelle... Ja, das finde ich witzig hier. So. Okay. Hilf dem Straßenkünstler dabei, seine Karriere als Rockstar zu starten. Alles klar. Das machen wir doch. So. Er will ein Rockstar sein. Zuerst braucht er ein besseres Instrument zum Rocken. Okay. Eine, äh, rockige Flöte. Ah, gibt's nicht. Dann kriegt er nur eine, eine rostige Flöte. Ja, gibt's das? Er bekommt eine Panenflöte. Okay. Dieses Instrument ist klasse, aber meine Band... Äh. Hört sich mit weiteren Mitgliedern besser an. Okay, jetzt braucht er Mitglieder. Dann brauchen wir einen Battler. Hier. Oder muss ich mir jetzt welche ausdenken? Gitarrist. Aha. Okay. Brauche ich noch mehr? Das nenne ich mal eine Band. Jetzt brauchen wir Ausrüstung für eine echte Show. Boxen. Wow. Mit der Panenflöte. Hä, wo ist deine Panenflöte? Wo ist deine Panenflöte? Okay. Gut. Das hätten wir. Sehr schön. Gehen wir natürlich weiter. Ähm. Klopoos. So, was haben wir da unten? Das Krankenhaus. Sand Asterix. Da gehen wir hin. Und machen alle kaputt. So. Okay. Was gibt's denn hier alles? Ein Storch. Äh. Ähm. 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 Schraubenschlüsse. Hier. Oh. Da rennt er weg. Ups. Alles klar. Okay. Das machen wir zum Schluss, würde ich sagen. Kann ich hier was machen? Ich mach den Stern immer zum Schluss. So. Was ist mit dir los? Hilf mir wieder zu lachen. Lachende. Wow. Wie easy. Hey. Da ist ein Ambus. Schwerer. Ja. Fast ein Tod durch Ambus. Warte mal. Jetzt machen wir nochmal was. Schwebende. Warte mal. Wir machen das da weg. What the fuck. Okay. Und wenn der da drunter ist. Warte mal. Warte. Der Clown. Achtung. Come on. Jetzt. Nein, nein, nein. Nicht Objekt erschaffen. Nein. Bleib da. Clown. So. Adjektiv. Jetzt machen wir wieder hier. Schwerer. Nein. Oh nein. Ich will das schaffen. Komm Leute. Das machen wir jetzt nochmal. schwebende. Schwebende. So. Und wenn der Clown da runter fährt. Come on. Warum geht das nicht? Warte mal. Hier. Aufsammeln. Kann ich den Clown nicht irgendwo hinschieben? Oh Mann. Verdammt. Ich will den Tod durch Ambus. Das wäre witzig gewesen. Egal. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Kann ich mit dir was machen? Was? Hä? Hä? Was ist das? Oh, ich hab dein Herz geklaut. Der Clown muss da... Mann. Wie krieg ich den da rüber? Ich will ihn fallen lassen am liebsten. Na, egal. Gut. Dann gehen wir weiter nach oben. Was ist mit dir los? Hallo? Hä? Was hat die denn? Halt die Herzattacke auf! Lol. Tod. Hä? Ich hab... Ja. So macht man das, Leute. Die Herzattacke ist aufgehört. Oh nein, was ist mit dir los? Ein schwarzer Ritter. Und was ist mit dem da? Ich brauche neue Ausrüstung für das Krankenhaus. Ähm... Nimm, 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 nimm. Was gibt's denn? Ein Pflaster. Was? Gibt's sowas nicht? Oh man, dann machen wir... ...ein Verband. Hier. Reicht das? Okay, gut. Ach man, der... Was ist mit dem da? König Arthus. Und was ist mit dem da? Hä? Was ist jetzt los? Oh, wie süß! So. Okay, was haben die da? Wenn ich etwas mit meinen Teamfarben sähe, würde ich mich das echt motivieren, das Rennen zu gewinnen. Okay. Eine, äh... Blau... Eine blaue Toilette. Yo! What the fuck? Alles klar! Die blaue Toilette hat dich motiviert. Gut. Ah, was ist mit dir los? Äh, ich habe zurückgelassen, was ich dem Transplantationspatienten liefern wollte. Eine, äh... Eine, ähm... Kaputte... Leber. Gibt's das? Reicht da das? Kann ich das nicht geben. Hier. Äh... Eine Leber. Ach. Okay. Ja, dann... Äh, ja. Ich wollte ein bisschen trollen, deswegen. So. Was ist mit dir los? Ich habe vergessen, was ich abliefern sollte. Kannst du mir helfen? Okay. Ein, äh... Baby. Ein... Warte mal. Ein fleischiges Baby. Hier. Ja! Das fleischige... Das sieht aus wie Bacon. Oh, jetzt habe ich Hunger. Na toll, so. Okay, gibt's hier noch irgendwo was? Na? Hier gibt's nichts mehr so... Hallo. So, das wird aber durch hier. Da ist auch nichts mehr. Ich habe hier A7 von 7. Jetzt darf ich nur noch... Muss ich nur noch den Stern da machen. So. Ich will das mit dem Amboss hinbekommen. Warte mal, Leute. Ich will irgendjemanden töten mit dem Amboss. Beziehungsweise schaden. So. Okay. Baby. Das bleibt hier. Und jetzt klicken wir das an. Und fügen hier hinzu. Schwere. Bam! What the fuck? Okay, Leute. Okay. Ich glaube, ich übertreibe ein bisschen. Alles gut. Ärzte. Auf. Abruf. Hilf den Patienten, die in das Krankenhaus kommen. Okay. Das wird getan. Hilf den Patienten, die zum... Ja. Habe ich doch gerade... Wer kommt denn jetzt? Oh. Was ist das hier? Ein... Ein kranker... Ein kranker Kätzchen. Okay. Der bekommt einen kranken... Fisch. Hier. Ach. Cool. Ist total krank. Erschaffe etwas, um zu heilen. Okay. Okay. Dann ein heilender... Fisch. Besser. Frisch doch jetzt diesen Fisch, Mann. Mann. Ich bin todkrank. Ich brauche Heilung. Katzenspielzeug der Heilung. Ne. Gibt es nicht Katzen. Oh Mann. Medizin. Kann der Fisch da mal weg? Hä? Tierfutter. Was willst du denn? Hä? Ich verstehe die Katze nicht. Zaubertrank. Tierarzt. Na toll. Wow. Da hättest du nichts von mir kommen brauchen. Mann. Okay. Wer kommt jetzt? Was? Was ist das? Autsch. Das müssen wohl Zahnschmerzen sein. Okay. Ein Bohrer. Ein, 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 ähm, ähm, lauter. Eine laute Bohrmaschine. Ja. Die gebe ich mir. Ja. Oh. Das tat ja gut. Alles klar. Okay. Hab ich wohl oder übel gut gemacht. Was bist denn du hier? Was willst du? Ein rostiger Roboter. Okay. Dann brauchen wir heiliges Öl. Weil du rostig bist. Schmiermittel. So. Ja gut. Das hilft. LOL. Stromschlag erst mal verteilt hier. Auch gegen den Fisch. Okay. Kann man mal machen, ne? Was ist denn das? Die Geschichte des Buches ist nicht vollständig. Wo ist das letzte Kapitel? Äh. Schriftsteller. Okay. Gut. Du regelst das für mich. Ich hatte nicht das. Das Buch hüpft dir hinterher. What the fuck? Ah. Okay. Die Haube scheint kaputt zu sein. Mechaniker. Yeah. Das ist... Hä? Noch jemand? Ja. Der Stern wurde mir gebracht. Nice. Döp. Sehr schön. Hüfenhöhen. Okay. Das hätten wir. Das heißt, wir können weiterreisen ins nächste Level. Ich habe hier alles. Jetzt können wir hier hin. Keine Ahnung. Was ist das hier? Hüfenhöhen. Okay. Da gehen wir jetzt mal hin. In die Hüfenhöhen. Willkommen in Hüfenhöhen. Okay. So. Leute. Dann würde ich aber mal sagen, das war es mit der Folge. Obwohl. Komm. Mach mal das mit der Oma. Hilf mir, mit den Vögeln Freundschaft zu schließen. Ja gut. Dann sollst du. Äh. Schwebende. Hier. Jetzt kannst du hochfliegen. Äh. Vogelfutter. So. Vogelfeder. Wollen wir mal hier. Zack. Körner. Ah. Gut. Das geht. Ja. Jetzt kannst du da. WTF. Da fliegt ein Huhn. Das ist ein Huhn. Warum fliegt hier ein Huhn? Egal. Die Oma kann jetzt schweben. Das ist was Gutes. So. Was ist mit dem hier los? Baseballspieler. Entfernen. Komm. Wir verprügeln mal jemanden. Ah. Die hier will was. Warte mal. Wir verprügeln mal so einen Vogel. Ne. Die Oma. Nein. Nein. Das war Spaß. Leute. Wir verprügeln gar keinen. Wir verprügeln den da. Okay. Äh. Sorry. Hä? Der springt auf das Haus. Tut mir leid. Okay. Was ist jetzt los? Ähm. Wirst du unseren Ball zurückholen? Tritt nicht auf den Rasen des alten Mannes. Okay. Warte mal. Ähm. Mag. Warte mal. Mag. Magnetisch. So. Und jetzt brauche ich einen Magnet. Ups. Das will ich auch sammeln. Hä? Komm her. Ja. Hä? Warum kann ich das? Er wirft ihn immer wieder zurück. Okay. Dann machen wir es einfach so. Schwebende. Ja. Woh. Ah. Ah. WTF. Hä? Wo ist der Ball jetzt hin? Und dann ist der Ball weg. Hä? Oh. Oh. Wo ist der Ball hin? Und er hat es voll weggehauen. Ne? Ach. Da oben fliegt er ja. Warte. 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 Hä? Was will denn der Opa jetzt? So. Fliegende. So. Aufsammeln. Ich hab ihn. Haha Opa. Hab ich es jetzt geschafft? Hä? Das war total seltsam. Naja. Wir haben es aber geschafft Leute. Okay. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Aufsammeln. 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 Aufsammeln.